In Bremen und Bremerhaven sind für den kommenden Ausbildungszyklus noch 350 Stellen unbesetzt, davon 70 im Handwerk. Schon seit Jahren beklagt die Branche einen Rückgang der Bewerberzahlen, trotz Imagekampagne hat sich in diesem Jahr nichts geändert. Grund dafür könnte die Neuausrichtung der Interessen von Jugendlichen sein, viele von ihnen fangen nach ihrem Schulabschluss lieber an zu studieren, als in einen Ausbildungsberuf einzusteigen. Gerade Bewerbungen für das Bäcker-, Fleischer- und Friseurhandwerk sind besonders gesunken. Die geringe Bezahlung und die ungewöhnlichen Arbeitszeiten machen diese Berufe besonders unattraktiv. Die Agentur für Arbeit veranstaltet im September erneut eine Nachvermittlungsaktion. Auch Beratungstermine können noch über eine kostenlose Service-Hotline abgesprochen werden.